Age Playing. Was ist denn das? Age Playing ist eine wahrscheinlich nicht neue, aber neu benannte Form des Miteinanders. Da gibt es Portale, wo man sich treffen kann und Mutter und Kind oder Vater und Kind spielen kann. Da treffen sich zwei, weil eine sagt, mein wahres Ich habe ich nur mit zwei Jahren. Und dazu gehört, dass ich gewickelt werde, dass ich gestillt werde, dass man mich streichelt, liebkost, badet, wäscht und schaukelt. Und ein anderer ist erfüllt, das zu tun. Er wollte immer schon Kinder haben, hat sie nicht, hat sie jetzt in einer erwachsenen Partnerin, die er für eine Zeit lang trifft, gefunden und kann die betreuen. Das geht natürlich auch umgekehrt. Es gibt auch Paare, die das leben. Zum Beispiel, dass Frauen ihre Männer stiehlen, dass Frauen ihre Männer als Babys befürsorgen und füttern und nähern und diese Männer dann auch wie ein Baby sich verhalten. Umgekehrt gibt es das genauso, das kleine Mädchen und der Papa. Und man kann hier frühe Defizite fühlen, so heißt es. Wenn man es psychodynamisch betrachtet, ist es letztlich eine Regression. Es ist ein Zurückgehen auf eine frühere Entwicklungsstufe, um sich aufzudanken. Vermutlich ohne Verpflichtungen, einfach so genommen zu werden und geliebt zu werden, wie man ist. Und das für eine Zeit lang. Diesen Graubereich, den Unentdeckten, hat man bislang gar nicht benannt, weil die meisten sich geniert haben, überhaupt darüber zu sprechen. Ich habe mit einigen gesprochen. Die haben mir vermittelt, das gibt es schon lang, aber es hat niemand gesprochen. Es hat so private Spiele immer gegeben. Aber es gibt auch Paare, die das spielen. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, eine Frau hat ihren Job aufgegeben, weil sie ihren Mann stiehlen muss tagsüber. Das ist vielleicht schon eine pathologische Entgleisung, habe ich mir gedacht. Aber es gibt genügend Männer, die das sehr genießen und die das auch wollen. Dass man daraus einen Hauptberuf macht, ist, glaube ich, nicht so sehr gedacht dabei. Aber es zeugt ein bisschen auch von der Sehnsucht, ein Kind zu sein. Endlich nichts mehr zu müssen, nicht mehr leisten zu müssen, sich nicht anzupassen. Und das ist entdeckt worden in einem Portal, wo man sich anmelden kann. Man kann sich für eine halbe Stunde, aber auch für einen halben Tag einen Partner oder eine Partnerin mieten, die einen wickelt und badet oder die einen stillt. Etwas, was in Zeiten wie diesen überhaupt nicht zur Sprache kommt, weil es ist eigentlich verbönt bei uns, dass man sowas will. Es heißt gar nicht, dass man zu kurz gekommen ist, sondern man möchte wieder in diese Zeit zurück, ohne Verantwortung, einfach Kind sein. Aber dann geht es Ihnen. Wir können jetzt ein bisschen mehr. Wir können hier aber auch nicht, Wir müssen hier über die Überlegungen, wir wir müssen hier überlegen und können jetzt das einfach rausnehmen. Wir müssen hier sehr, wenn es nicht mehr. Auch hierher sind.